Was geht ab Leute, Zane ist wieder da, heute mit einer kleinen Theorie die momentan im Netz kursiert, welche ich echt Hammer finde. Der Twitterer VulcanD Artist hat eine Wahnsinns Entdeckung gemacht und zwar hat er die ROX Mitglieder Wang C und Silver X vermutlich gefunden. Wie wir mittlerweile wissen war ja auch Captain John ein Mitglied der ROX Bande. Captain John ist uns auf Thriller Bark als Zombie wieder begegnet, neben ihm standen zwei weitere Zombies welche passen würden. Der Große Links ähnelt einem chinesischen Soldaten, der echte Pirat Wang C kam ebenfalls aus China. Diese Verbindung würde also schon mal passen. Seht ihr auf dem Bild die Statue von Wang C, diese ähnelt dem Riesen ebenso, beide haben ein Bärtchen und einen Zopf, auch das Schwert ähnelt dem von Wang C. Rechts daneben haben wir einen Ritter, welcher eine silberne Axt in der Hand hält. Könnte es sich dabei um Silver X handeln? Dies ist nur eine kleine Spekulation, aber ich fand es echt interessant. Was haltet ihr davon? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat dann lasst einen Like und einen kleinen Klick auf den Abo Button da. Und wenn euch das Bild gefällt würde ich mich freuen wenn ihr einfach Vulcan D Artists auf Twitter folgen würdet. Seinen Link findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Ciao.